Was bisher geschah. Okay, also Nels, was über ein Deal mit Stoddard gesagt? Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles Deal und Stoddard. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Tapp und Tyson waren die Brüder. Weit mit Vorliebe fürs Ghetto. Tapp ist nie rausgekommen. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Das ist schon geil. Ich war mir so sicher, dass du bei uns standest. Ich habe gesagt, Schnauze halten. Ich war ihr als... Verdammt nochmal, Halt's Maul! Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Ich will... Hey, Maca! Das reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza! Gerne doch. Guten Abend, lieber Peter. Tapp? Ja. Wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey! Hörst du dich! Augen nach vorne, klar? So. Nettes Gespräch. Tapp. Hörst du mich an, Herr? Du ödest mich an, Herr. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Motor. Tyson hat gesagt... Moment, Moment. Heißen, Letzburg? Na, siehst du, jetzt dürrst du mir doch zu. Okay. Okay. Der Clan geht folgendermaßen. Oh Mann, scheiße. Tyson. Ich sollte dich warnen, aber... Scheiß drauf, Alter. Halt dich einfach irgendwo fest. Tapp? Was ist hier los? Party time. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß. Du willst nicht wissen, wie lange ich den Schlüssel schon haben. Und schon gar nicht, wo ich ihn bisher stecken hatte. Tyson wartet am Wasserturm auf dich, sobald er damit fertig ist, die Bullen abzulehnten. Was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Nein! Passt du's an den Ohren? Wasserturm! Ja, dann gehen wir mal nicht zum Wasserturm. Ja, dann gehen wir mal nicht zum Wasserturm. Ja, dann gehen wir mal nicht zum Wasserturm. Lauf schneller, kleiner Mann, lauf schneller. Wo ist denn dieser verdammte Wasserturm? Was ist denn dieser verdammte Wasserturm? Das ist ganz schön weit. Kann man hier mal jemand erklären, wie ich über den Zaun komme? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wieder komme ich nicht hoch. Ach, scheiß drauf. Ja, es war aber wie... Ganz ruhig, Mann. Die dürfen dich nicht sehen. Und wegrennen. Lauf, Forrest, lauf. Natürlich will ich Ärger. Ja, natürlich will ich Ärger. Ja, dann haben sie Mowel richtig. Du hast sicher ein paar Fragen. Und da, ich kenne mich da auch. Hey, Arschloch. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, hey, hey! Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Willst du das schildern? Leucht es an, dreimal. Ganz schnell. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Dr. Tyson, bleib von den Scheindlern. Scheiße. Okkali, dokkali. Wir haben ihn immer nicht da, Leute. Der Richtigart hat einen Officer abgekürzt. Genau, Tür ist zu. Keiner kann da rein. Ah, herrlich. Ja, dann komm mal, wenn ich dir nachlaufen soll. Das liebe ich ja immer an solchen Spielen, wenn man auf die NPCs warten muss. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs, Transport. Der Schlüssel. Kaputte Kops. Wir kennen uns eben auch. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszumachen. Erstens, ich schlafe zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dorf. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebrochen und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dorf muss kapieren, dass seine Taten konsequenten haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr solltet ins Knie picken? Dann picken wir uns ins Knie. Ja. Was? Und du kriegst einen schicken Knie. Fällt die Entscheidung so schwer? Bis zum nächsten Mal.